Also ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein habe ich gesagt, gut ich habe einen Shitstorm gekriegt, aber am schlimmsten finde ich, also am ungerechtesten behandelt wurde von der Frau Bänke. Ich weiß sowieso nicht, wofür Olaf Scholz steht, aber... Ich sag nicht, wofür er steht. Für Kamm, ey. Die Vorstellung, dass mit deutschen Waffen Russland angegriffen wird, muss ich ehrlich sagen, die finde ich besorgt uns nicht. Es ist nicht israelfeindlich und schon gar nicht antisemitisch, wenn man Kritik übt... Ist in Deutschland aber schwer, wenn man differenziert auch sein will, dann wird schon mal die Keule ausgepackt. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Russel, neue Folge von Was Los? Freunde, Europa-Runde, wir treffen uns mit den Leuten, die nach Brüssel wollen. Wir haben uns getroffen mit einer Partei, die ihr mir auch die ganze Zeit geschrieben habt, Bündnis Sarah Wagenknecht. Und zwar haben wir uns getroffen mit unserem Ex-Bürgermeister, Oberbürgermeister Thomas Geisel, der jetzt nach 20 Jahren SPD zu BSW gegangen ist und aufgestellt ist, Spitzenkandidat ist für Europa. Wir haben mit ihm gequatscht. Kleiner Hinweis für euch. Ein paar von euch dürften ihn noch kennen aus Düsseldorf. Er hat mal eine Aktion gemacht mit Farid, damals Masken verteilt und so weiter zusammen mit Farid. Er hatte deswegen einen riesen Shitstorm. Das alles besprechen wir und natürlich, was er in Brüssel vorhat, warum er gewechselt hat und so weiter. Freunde, wir sehen uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. Wir sehen uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. Wann stellt ihr das ins Netz? Sobald es geht, weil wir brauchen, wir wollen ja vor den Wahlen noch raus. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich kann das dann natürlich auch teilen und weiter verbreiten. Natürlich, das sollst du? Ja, klar, natürlich, natürlich. Das ist eine gute Boomer-Frage. Sehr gut, sehr gut. Hast du? Ja. So, Freunde, Thomas ist bei uns. Thomas Geisse. Ich bin als quasi zugezogener Düsseldorfer, kenne ich dich natürlich, beziehungsweise von Wahlplakaten. Gesehen haben wir uns, glaube ich, persönlich noch nicht. Ich glaube, ich auch. Ja, wobei wir gerade festgestellt haben, dass wir ein paar gemeinsame Bekannte haben. Weil wir machen Kiesgrube, wir machen ein paar Sachen, wo du auch wahrscheinlich schon irgendwie dran warst und was zu sagen hattest da. Ja, genau. Und den Fahrräd produziert. Ja, und Fahrräd. Ja, Fahrräd ist ein Freund von uns und das ist sehr interessant. Du bist der Mann, der sich mit Fahrräd getroffen hat damals, wo du noch Oberbürgermeister warst. Stimmt. Und kannst du mal was dazu sagen, wie kam das? Wie war die Idee? Nein, die Geschichte war ja mitten während Corona. Genau. Und da gab es ja immer im Motspohai am Rheinufer, dass die Leute eng zusammengesessen sind. Da waren viele junge Leute, viele junge Männer mit Migrationshintergrund, die dann meistens da die Anweisungen des Ordnungsdienstes nicht befolgt haben oder Polizei. Und dann haben sie ein paar Mal die Freitreppe geräumt. Also es war immer ein Problem. Und dann hat man damals ja auch so ein bisschen hysterisch gedacht, dass da ein Wahnsinnsinfektionsrisiko besteht, wenn die da so zusammensitzen. Und dann hat mir einige Promis gefragt, die da eben so Videos machen sollten, die Leute erinnern an die Abstandsregeln und was es damals alles gab in Corona-Zeiten. Und das war nicht so super erfolgreich. Da war Timo Boll beispielsweise dabei. Ich weiß gar nicht, wer sonst. Also ich sage mal, jetzt nicht Leute, die bei dem Publikum, das wir eigentlich ansprechen wollten, da besonders bekannt oder besonders beliebt waren. Und so kam mein Pressesprecher auf die Idee, Mensch, red doch mal mit dem Farid Beng. Ich kannte den damals noch nicht. Ich rief ihn an und er war auch sofort bereit. Er hat gesagt, klar, Herr Oberbürgermeister, damals waren wir noch per Sie, wenn Sie mich brauchen, klar. Dann kam er ins Rathaus und ich wusste so ein bisschen, da gab es damals ja bei der Echopreisverleihung so ein bisschen ein Problem da und Antisemitismus und so weiter. Und dann habe ich mit ihm darüber geredet und er hat dann auch super glaubwürdig, also ich fand das total überzeugend. Er war ja dann, glaube ich, da mit dem Zentralrat der Juden oder mit irgendeiner jüdischen Organisation, auch in Auschwitz. Und das hat ihn wirklich auch echt betroffen gemacht da. Also ich fand das, wir hatten ein tolles Gespräch und dann habe ich gefragt, Mensch, bist du bereit, da so ein Video zu machen? Klar, natürlich. Und dann haben wir ein Video gemacht, das auch super gut ankam, also mit der Sprache, die die Leute verstehen, aber schon, sagen wir mal so, dass klar wurde, das ist jetzt kein Spaß oder das ist auch nicht lustig, sondern das war schon sehr ernst gemeint, dass da was passiert. Und das Video ging dann ins Netz und gab einen wahnsinnigen Shitstorm. Einen wahnsinnigen Shitstorm damit. Ich glaube, der Express hat damals eine Seite da, wo dann irgendwelche homophoben, antifrauenfeindlichen, ansonsten alle die ganzen Sprüche, die da halt im Rap gemacht werden. Und Leute haben meinen Rücktritt gefordert und ich möchte mich bei der Stadtgesellschaft entschuldigen. Und es war unglaublich, sowas habe ich echt, ich meine, ich habe ein paar Shitstorms erlebt in meiner Amtszeit, aber so schlimm wie der war keiner. Und dann hatte ich alle Fraktionen eingeladen, um denen mal einfach zu erläutern, was der Hintergrund war von das Ganze. Man muss auch sagen, das Video war super erfolgreich. Das wurde, glaube ich, in den vier Tagen, in denen es im Netz war, fast 500.000 Mal angeklickt. Und danach war auch Ruhe am Rheinufer. Es ist jedenfalls deutlich ruhiger gewesen. Es hat auch wirklich seine Wirkung erreicht. Aber jedenfalls, ich hatte dann die Fraktion eingeladen, da kam irgendeine von der Linken, glaube ich, und eine von der SPD. Die anderen kamen schon gar nicht. Und auch die FDP und die Grünen sagten, sie sind nicht bereit, länger mit mir zusammenzuarbeiten. Ich müsse das vom Netz nehmen. Die SPD war auch stinksauer, hat sich auch von mir distanziert. Gut, ich habe sie nach vier Tagen, glaube ich, vom Netz genommen. Unglaublich, ja. Pass auf, und dann bekam ich richtig Ärger mit meinen Töchtern. Die hatten da null Verständnis dafür. Also ich meine, das sind selbstbewusste junge Frauen. Also damals, wie alt waren die, Antoni und Maria, die waren 15, 16 damals. 16? Genau in dem. Alter und sagten, sag mal, du bist so übergeschnappt dafür, so ein paar Leuten Politnasen da einzuknicken, die von Rap sowieso keine Ahnung haben. Also so, ich habe erst Ärger mit der Politik gehabt, dann habe ich es vom Netz genommen, dann habe ich zu Hause Ärger gehabt. Das war schon eine irre Erfahrung. Ich glaube, im Nachhinein, ganz ehrlich, wenn ich das sage, also im Nachhinein, ich glaube, viele Leute sehen das heute auch anders als damals. Ich glaube, viele Leute seien natürlich erstens, also wie sagt man so schön, der Köder muss dem Fisch schmecken. Also du musst natürlich Leute haben, die auch Gehör finden bei denen, die du ansprechen möchtest. Und an sich, also ich muss ja sagen, dass Farid Beng war, ich fand es super, dass er sofort bereit war, dazu zu machen. Er war ja übrigens auch, das wissen die wenigsten, der war ja damals einer der ersten großen Maskenspender. Der hat ja alle, viele soziale, genau, der hat ja viele soziale Einrichtungen da mit Masken versorgt. Also er war wirklich, er hat sich vorbildlich verhalten und der hat, also er hat, sag mal, diese ganze Berichterstattung am allerwenigsten verdient. Also ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein habe ich gesagt, gut, ich habe einen Shitstorm gekriegt, aber am schlimmsten finde ich, also am ungerechtesten behandelt wurde Farid Beng in der ganzen Angelegenheit. Ja, ich war dabei, ich hatte das aufgenommen, der hat mich angerufen, die haben, genau, ich erinnere mich an, das ist schon so lange her wieder, wir haben Masken hier und da paketweise gebracht und vergeben und verschenkt und so weiter, da war ich mal dabei bei einem Tag. Sehr interessant. Ich meine natürlich, ich verstehe das natürlich, warum die Leute, die sich mit Rap nicht auskennen, warum die das machen und so weiter. Aber fand ich sehr mutig von dir, dass du das trotzdem irgendwie versucht hast. Hat das eigentlich einen Karriere-Schaden bei dir gebracht? Also manche Leute sagen, dass das mit ursächlich war, dass ich die Wahl verloren habe. Ob das stimmt, du, ich kann es nicht. Also ich würde mal sagen, die Hauptursache, dass ich nie wiedergewählt wurde, war Corona. Also Corona war wirklich, ich meine, das hat der Stadt einen gewissen Knacks versetzt, das hat die Menschen verändert. Also ich sage mir, die Leute waren auf einmal wahnsinnig ängstlich, wahnsinnig autoritätsgläubig. Also ich meine, ich hatte ja dann immer so, ich meine, ich war ja immer ein ziemlich volkstümlicher Oberbürgermeister, ich war ja immer bei den Leuten. Viele Leute haben mich dann gefragt, kann ich ein Selfie mit denen machen und so. Und dann habe ich Selfies gemacht, hatte selber keine Maske auf, habe Leute in den Arm genommen, dann hat irgendjemand sowas fotografiert. Dann war ich also der, habe ich da so gegen irgendwelche Regeln verstoßen. Also es war so eine hysterische Stimmung, eine echt komische Phase. Und dann, sagen wir, der Sommer 2020 wäre ja auch ein mega toller Sommer gewesen für Düsseldorf. Und auf einmal war alles tot, war null, es gab kein kulturelles Leben mehr, kein soziales Leben mehr. Die Leute sind nur noch zu Hause geblieben und Wahlkampf konnte es dir gar kein richtig machen da. Und dann muss ich zugeben, also es hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht. Ja, ich glaube, vielen hat es keinen Spaß mehr gemacht. Ich muss sagen, für dich ist das aber interessanterweise, also über Corona könnten wir jetzt stundenlang wahrscheinlich gehen. Nee, machen wir nicht. Ich glaube aber tatsächlich, wie du das gerade, es ist wirklich sehr interessant, wie du das gerade gesagt hast, zwischen den Zahlen konnte man raushören so ein wenig, dass wir Corona jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch psychisch noch lange nicht verarbeitet haben. Es war eine ganz komische Phase, die die Menschen, wie du auch sagst, das beobachte ich auch, gefühlt verändert haben. Aber man muss sagen, das eine hat für dich ja auch wieder eine andere Tür geöffnet. Jetzt bist du ja als, kann man das sagen, als Ur-Ur-SPDler, ich meine, man kann nachlesen, dass du am... 40 Jahre. Ja, das ist doch wirklich... 40 Jahre. Das ist doch unglaublich. Und in Weiz ist es noch viel länger sogar. Ich meine, ich glaube, ich habe im Alter von fünf Jahren, ich bin mit 18 eingetreten, aber mit fünf Jahren habe ich bereits Propaganda für die SPD verteilt. Mein Vater war Landtagsabgeordneter und ich meine, da, wo ich groß geworden bin, das war so schwarz, da gab es eigentlich nur Familie Geisel für die SPD und ich sage mal, wir haben da mehr oder weniger als Familienbetrieb SPD-Politik gemacht. Ja, ich meine, das ist wirklich sehr interessant an dem Punkt. Früher war es ja auch eher so, dass man gesagt hat, ja, du, von Haus aus SPD oder von Haus aus CDU, man hinterfragt nicht so sehr die einzelnen Sachen. Man nimmt das an. Heutzutage, das hat ja Vor- und Nachteile, heutzutage gibt es ja auch ohne Ende kleinere Parteien, viel mehr als früher, viel mehr Möglichkeiten, was wir auch begrüßen. Wir haben ja auch ein paar Leute getroffen, die gerade erst gegründet haben, wie zum Beispiel Volt in den letzten paar Jahren. Ja, absolut. PDF, Partei des Vortschritts, Partei der Humanisten und so interessante Sachen. Du hast dich entschieden für eine Partei, die, glaube ich, auch wegen Corona und auch wegen der Phase, der total den Auftrieb jetzt hat, nämlich Bündnis... Sarah Wangenrecht. Vernunft und Gerechtigkeit, sage ich mal, das ist unser vollständiger Parteiname. Das musst du uns erklären. Wie kommt man nach so vielen Jahren SPD und Familie? Ich meine, selbst deine Schwester ist in der SPD, sind die da noch alle? Ja, 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 also wir, meine zwei Schmeiner-Schwestern sind in der SPD. Oh mein Gott, sind die sauer? Ja, also ich muss ehrlich sagen, also, nee, was heißt sauer? Also, ich meine, mein Vater, ich meine, mein Vater ist bald 60 Jahre in der SPD. Und wirklich, ich meine, wir sind ja eine alte SPD-Familie. Mein Vater hat für die SPD im Prinzip, sagen wir mal, viele Jahre war er im Landtag und war wirklich so ein bisschen so ein Pionier da auch, wo ich groß geworden bin. Also, stockkatholisch, rahmenschwarz auf der Ostalb, da auf dem Land in Baden-Württemberg. Und klar, das prägt natürlich auch da. Und ich sage mal, ich glaube, mit meinem Vater beispielsweise, also ich glaube, dass wir inhaltlich sind wir ganz eng beieinander. Also, die Hauptthemen, weshalb ich... Ich glaube auch nicht, dass du dich so schnell inhaltlich verändert hast. Ich habe mich überhaupt nicht verändert, mal ganz ehrlich, ich meine, ich sage immer, ich bin eigentlich so ein SPD-Mann, der in der Zeit von Willy Brandt und Helmut Schmidt so politisch sozialisiert wurde, wie man so schön sagt hat. Und ich meine, das waren auch super Jahre für Deutschland. Willy Brandt mit der Neuen Ostpolitik, mit der Entspannungspolitik, die am Schluss dann dazu geführt hat, dass der Eisende Vorhang irgendwann gefallen ist. Helmut Schmidt mit, sagen wir mal, einer absolut vernünftigen Wirtschaftspolitik, die auf der einen Seite sozialen Frieden im Blick hatte da, aber, wie soll man sagen, auch jetzt nicht so ein mega, wie soll man sagen, Regelungswut und Micromanagement gemacht hat, sondern der einfach einen klaren ordnungspolitischen Kompass hatte da. Und wenn ich mir heute die SPD anschaue, weil, sagen wir mal, in der Wirtschaftspolitik haben wir alles dem Habeck überlassen da, und in dieser Kriegspolitik, wie sie gegenwärtig stattfindet, das ist einfach nicht mehr meins. Da finde ich auch wenig SPD drin. Also, wenn ich mir überlege, dass manche Leute jetzt sogar meinen, wir müssen uns entschuldigen für die Entspannungspolitik, für die Politik gegenüber der Sowjetunion, wie sie die SPD betrieben hat, und da bin ich nicht dabei, ganz ehrlich. Ich bin immer noch überzeugt, das ist die richtige Politik, das ist vernünftig. Und wie gesagt, ich wollte nur noch sagen, also da ist, wenn ich meinen Vater angesprochen habe, also der sieht das, glaube ich, inhaltlich sehr ähnlich als, wie ich da, aber gut, das, wie soll man sagen, weißt du, wenn du 40 Jahre in einer Partei warst, wenn du dich dann aufmachst, dich einer anderen Partei anschließt, das hat so ein bisschen was von einer Ehescheidung. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist aus fünf Löchtern, bin wahrscheinlich super lange verheiratet, das ist ja sowas ähnliches, so wie in der Trennung. Ja, 22 Jahre. Also es ist schon, die SPD hat mein Leben geprägt, also von daher, klar, ist mir das nicht leicht gefallen, keine Frage. Mal abgesehen von inhaltlichen, also ich hätte jetzt eh gesagt, es kann ja auch einfach sein, dass Bündnis, Sarah Wagenkrieg sozusagen, einfach näher dem ist, wo du eigentlich dich gesehen hast in der SPD, und die SPD sich verändert hat. Absolut. Also ich meine, alle Parteien haben sich auch verändert. Ich meine, selbst CDU ist ja immer mehr in die Mitte gerutscht. Ja, guck dir die Grünen an. Das war früher mal eine pazifistische Partei. Ich meine, heute ein Kriegsgebrüder, das heißt ja auch nicht. Ich sage dir ehrlich, die Leute werden sich vielleicht nicht mehr erinnern, aber Joschka Fischer war, oder Gerhard Schröder war mal, glaube ich, an meiner Schule, damals schon sehr lange her, haben die Werbung gemacht, oder der war in der Grugehalle, war das in Essen, in der Grugehalle. Und dann hat der gesagt, nee, der Joschka war das, der meinte, mit uns, wenn wir gewinnen, mit uns gibt es keinen Krieg. Dann haben die gewonnen, und ein Wochen später waren die im Krieg. Dann habe ich gesagt, ich werde nie wieder grün. Aber das ist ja dauernd so. Die Grün ist phänomenal. Also was sich da abspielt, auch so ein bisschen, ich meine, mal ganz ehrlich, also wir kaufen jetzt, weil wir von den Russen kein Gas mehr haben wollen, kaufen wir jetzt Fracking-Gas aus den USA, von Katar. Also ich sage mal, da stimmt glaube ich nichts mehr so richtig. Ja, ich meine, es ist ja, wir sind ja eine Welt, die immer mehr zusammenwächst, auch durchs Internet, wir wissen alles, du kriegst jeden Mucks mit, jede Kleinigkeit kriegst du mit, und so, wir wachsen immer mehr zusammen. Vielleicht sind die alten Parteien, haben vielleicht auch ausgedient. Also dieses System von wir und die, funktioniert vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, ich gucke mir alle Parteien an, und ich würde gerne für die Europawahl, dass unsere Leute, deswegen machen wir das, dass die wählen, weil ich immer mehr merke, und gelernt habe jetzt, dass über Europa viel entschieden wird, auch auf Bundesebene, viel kommt von oben. Absolut. Und deswegen, was siehst du da, du willst jetzt nach Brüssel, was hast du vor? Also vielleicht mal zu dem einen Gedanken, den du da gemacht hast, also was mich ehrlich gesagt, wirklich mit großer Sorge, erfüllt ist, dass immer mehr Leute eigentlich die Hoffnung aufgegeben haben, dass mit Politik was erreicht wird. Ja, total. Also ich sage mal, wenn du mal anschauen, nicht nur im Osten, auch im Westen, wenn du mal zusammenrechnest, die Stimmen für die AfD mit den Nichtwählern, also wir haben ja heute eine viel niedrigere Wahlbeteiligung als früher, und dann haben wir noch einen hohen Anteil AfD. Wenn du AfD und Nichtwähler zusammenzählst, dann hast du selbst in Westdeutschland, vielerorts, mittlerweile eine strukturelle Mehrheit. Das heißt, über 50 Prozent aller Leute sagen, Politik, da will ich nur noch Denkzettel verteilen, oder ich habe sowieso die Hoffnung aufgegeben. Und das ist wirklich etwas, was ich wirklich verheerend finde. Übrigens am schlimmsten bei den Jungen. Also wenn du, ich meine, ich bin ja vieler an Schulen unterwegs, aber wenn du auch so Infostände machst, oder so, es ist wirklich schwer, die Jungen zu erreichen. Die sind frustriert, die sagen, komm, das ist sowieso alles nur Geschwätz, es erreicht mich gar nicht da, und das ist echt eine, das ist echt eine Frage. Ja, wir haben ja, also es gibt zwei Sachen, eine Politikverdrossenheit und auch Parteienverdrossenheit. Also dieses, man sieht eine Partei so als Label, als, man hat da so einen, also man verbindet irgendwie nicht viel. Und man muss sagen, leider, ja, das ist so ein bisschen, der Mensch braucht ja auch so ein bisschen das Gesicht für, so eine große, so ein Label braucht ein Gesicht, diese emotionale Verbundenheit und ich muss sagen, es ist schwierig. Wir haben einen Bundeskanzler, den du nie siehst, der nie irgendwie emotional dich abholen kann. Wenn er mal sagt, du bist geschwurbelt, dass keiner versteht. Ja, es ist schwierig. Es hat schon bessere Zeiten gegeben, sagen wir so. Aber sagen wir mal. Ja, und dann hast du immer mehr Leute, was ich auch ehrlich gesagt, schon besorgniserregend finde. Ich meine, wie viele Leute hast du heute, manchmal auch ziemlich junge, wo du wirklich sagst, was ist eigentlich deren Lebenserfahrung? Was haben die in ihrem Leben eigentlich wirklich geleistet? Du hast heute so eine politische Klasse, wo bestimmte Skills, also das ist meistens, dass man sich so ein bisschen geschmeidig dadurch lavieren kann, ja, nicht anecken, keine Shitstorms produzieren, am besten, wie soll man sagen, sich möglichst schnell alle Ecken und Kanten abschleifen lassen und sagen wir mal artige Reden halten. Wenn ich mir unseren Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen anschaue, passt ziemlich gut auf den, aber wenn du dir auf der anderen Seite anschaust, was politisch alles gemacht werden müsste, wenn du dir mal anschaust, in welchem Zustand sich unser Land, unsere Infrastruktur, unser Bildungswesen und so weiter und so fort befindet, dann habe ich manchmal so den Eindruck, ich sage mal, wenn unser Land ein Unternehmen wäre, wird jeder sagen, eigentlich braucht man da mal einen Sanierer und nicht einer, der sich da geschmeidig durchlässt. Und komischerweise ist der Typus Politiker, den wir in den letzten Jahren herangezüchtet haben, ist ein anderer. Interessanterweise, das ist ein gutes Thema, wir haben immer wieder, habe ich das Thema, dass ich sage, dass bei einer GmbH ein Geschäftsführer viel mehr dafür einsteht, also viel mehr auch bestraft werden kann für Fehler, die er macht, aber ein Politiker nicht, oder kaum. In der Tat. Du kannst, du hast immer wieder, also beobachte dich auf kommunaler Ebene, ich meine, du warst auch Oberbürgermeister hier, du weißt es ja, es wird auf kommunaler Ebene oft, wollen sich Politiker so einen Namen machen mit so einem Gebäude oder irgendwas, das braucht keiner, aber die wollen sich so ein Denkmal setzen. Denkmal setzen. Was ist das denn für eine Scheiße? Und dann gibt es dieses schwarze Buch jedes Jahr und dann steht da drin, keine Ahnung, NRW hat 380 Millionen verschwendet, hier sind die Punkte. Und die sitzen da, muss keiner sich rechtfertigen. Also das musst du mal ändern, ändere das. Geh in den, ändere das. Naja gut, ich höre es ja gesagt, ich meine, das ist ja auch, ich meine, deswegen will ich ja auch nicht lassen da. Also ich meine, ich muss zugeben, wir haben uns so ein bisschen überlegt, als ich die Wahl verloren hatte, also ich meine, ich habe ja, wie soll man sagen, ich falle jetzt ja nicht ins Berg frei, ich habe dann alles als Anwalt, als Berater gearbeitet, da kannst du mehr Geld verdienen als Oberbürgermeister, aber dann war ich mit meiner Frau drei Monate auf einer Weltreise, haben wir so gedacht, mir ist das vielleicht auch gar nicht so verkehrt wie das Leben. Also nach dem Amt. Nach der, ja, 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 ja. Aber ich muss sagen, so ein bisschen, hat deine Frau dich auch mehr gesehen, als jemals zuvor wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Und wir haben auch viele schöne Sachen zusammen gemacht da und klar, man überlegst dir ja schon, halt wird normal, also so ab jetzt das Leben zu genießen, ist vielleicht auch nicht so verkehrt, aber dann habe ich ja gesagt, Gott, ich bin jetzt 60, ich bin Gottlob noch fit und auch noch motiviert und sowas. Also sagen wir mal, Kreuzfahrten können wir auch mit 70 noch machen. Also wenn es sich nochmal die Gelegenheit ergibt, dann mache ich auch nochmal was. Und da war natürlich jetzt das Angebot von Sarah war natürlich schon super attraktiv, das ist inhaltlich. Also ich kenne ja die Sarah Wang nicht, mal ganz ehrlich, ich kenne die seit 30 Jahren, ich habe die vor 30 Jahren mal kennengelernt bei so einem Fotoshooting und dann haben wir uns natürlich aus den Augen verloren und dann war sie ja hier in Düsseldorf, war sie ja acht Jahre lang die Wahlkreisabgeordnete in Düsseldorfer Süden, da sind wir uns natürlich immer wieder mal über den Weg gelaufen. Dann hatte ich sie mal eingeladen, bei uns zu Hause, wir machen da zwei, dreimal im Jahr so eine politische Veranstaltung, einen Salon, wo wir 50, 60 Leute einladen und immer prominente Redner und da hatte ich sie eingeladen, das war ein super Abend und so hatten wir uns da angefreundet und, 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 naja, ich habe dann ja auch so ein bisschen mitverfolgt, wie, sag mal so die Entfremdung von ihr, mit den Linken und die haben mir ja nun wirklich auch sehr unfreundlich zugesetzt, kann man nun wirklich sagen, da, ich habe ihre Bücher seit geraumer Zeit immer gelesen, da, und da dachte ich schon, das ist eine superintelligente Frau und eigentlich fast alles, was sie schreibt, kann ich 100% unterschreiben da und haben uns halt so hin und wieder mal getroffen und dann hat sich das so entwickelt und dann dachte ich schon, boah, gut, Europa habe ich noch nie gemacht, aber bevor ich Oberbürgermeister wurde, habe ich auch noch nie Kommunalpolitik gemacht, also ein Sprung ins kalte Wasser ist jetzt keine neue Erfahrung. Ja, das denke ich, also ich denke, und das denke ich auch, ja, du wächst da rein, aber das ist, glaube ich, nicht das Thema, das Thema wird sein, also was meint, was ich mir so denke ist, wie ist der Unterschied, also für dich, du warst vorher in einer SPD, die gab es schon sehr, sehr lange, Strukturen waren schon fest, Sitzfleisch, wie man so schön sagt, und, 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 jetzt kommst du in einer relativ neuen Partei, ich meine, da sind auch natürlich Leute, die schon ewig in der Politik sind, wie Sarah, aber das ist ja schon auch noch frisch, da kann man noch viel verändern, und macht das mehr Spaß? Also, das ist ja so ein bisschen wie ein Start-up, ja genau, ja ganz genau, ja genau, also ich sage mal so, die Partei wurde Anfang Januar gegründet, hat noch ganz wenig, total crazy, und wir haben ja auch kein Apparat, also, ihr seid auch sehr wählerisch, ihr nehmt nicht jeden, ja, das wird sich jetzt auch, also Ilja kann jetzt nicht bei euch schreiten, der wird sich, na, das muss ich mal quatschen da, also wenn er Lust hat, nein, aber, ich sage mal, das rüttelt sich natürlich jetzt so langsam zurecht, aber, also ich meine, das merken Sie jetzt in dem Wahlkampf, ich habe mal gesagt, also, organisatorische Unzulänglichkeiten müssen wir eben durch ein höheres Maß an Motivation kompensieren, also da, wir sind zu spät dran, unsere Plakate sind zu spät gekommen, also es ist alles ein bisschen chaotisch, aber, weil es ganz viele Leute gibt, die uns helfen da, die uns unterstützen, die mitmachen, und irgendwie haben wir es, glaube ich, ganz gut gerüttelt gekriegt da, und wir sind präsent in den Straßen, wir haben unsere Plakate eben letztlich dann doch an die Laternen gebracht, da wir, gut, ich glaube, wir werden jetzt irgendwie gedisst von der ARD, dass wir da in so einer Podiumsdiskussion da nicht auftreten dürfen, mag sein, aber, ich sage mal, wir sind präsent, Sarah ist natürlich, wirklich, wir sind überall, und was wirklich super Spaß macht, ich bin ja auf vielen dieser großen Kundgebungen in der ganzen Republik, und da kommen Leute, also, es waren in Stuttgart, waren 2000 Leute da, in Kaiserslautern bestimmt 700, 800 in Düsseldorf, so in der Größenordnung in Köln etwa 1000, und, wenn ich das vergleiche, mit, was die anderen Parteien sehen, also, bei der SPD, da kommen vielleicht mal 80 Leute, bei den Grünen kommt fast keiner, und, also, du merkst schon, die Leute verknüpfen große Hoffnungen, verknüpfen große Hoffnungen mit uns, und die eigenen Angelegenheiten sind, oder? Ja klar, ich meine, wir müssen liefern können, das ist in der Tat ein Thema. Ich sehe das auch, und ich habe mich auch auf das Gespräch hier mit dir, und auch mit, ich wollte gerne noch Sarah treffen, und auch, wir wollen auch gerne Fabio treffen, Fabio de Maasio, auch jemanden, den wir auch verfolgen, und auch interessante Sachen, auch zum Thema Wirecard, Comex, ist ein geiler Typ, aber, ich habe natürlich auch Sorge, als, jetzt aus der Sicht von Bürger, ich wähle ein bisschen die Katze, und sage, natürlich seid ihr ein Startup, und natürlich sagt ihr Sachen, und natürlich kenne ich Sarah schon sehr lange, und weiß für, eigentlich muss ich sagen, für was ich stand, vielleicht ändert sich das gerade, und ich kenne dich, ein bisschen aus Düsseldorf. Jetzt muss ich aber sagen, trotzdem, die Hoffnungen sind groß. Das ist immer eigentlich, also eigentlich hat noch nie jemand die Hoffnungen gehalten, noch nie, nie, nie. Das ist gar nicht möglich, weil die Hoffnungen sind ein bisschen zu hoch. Ein bisschen wählt man einfach ins Blaue hinein. Also ich würde mal so sagen, ich glaube nicht, dass die Unsicherheit bei uns größer ist, als bei anderen Parteien. Also wenn ich mir anschaue, wofür die SPD im Bundestagswahlkampf, 2021 geworben hat, und was die Ampel jetzt macht, kann ich nur sagen, also das war, Ja gut, aber das liegt ja auch an Koalitionen. Das liegt ja auch an Koalitionen. Das ist ja ein generelles systematisches Problem. Ja, ja gut, immerhin die SPD ist die stärkste Partei, der Kanzler hat die Richtlinienkompetenz, wie man sagt. Ich muss ehrlich sagen, gut, ich weiß sowieso nicht, wofür Olaf Scholz steht, aber ich sage nicht, wofür er steht. Für Kamm-Aggs. Ja, gut, für Steuerhinterziehung. Das ist ein Thema, für Erinnerungslücken und sonstige Geschichten da. Aber ich wundere mich schon, das war natürlich auch ein Grund, weshalb ich wirklich aus der SPD raus bin. Also ich frage mich wirklich, was in dieser Ampelkoalition eine echt erkennbar sozialdemokratische Handschrift trägt. Ja, das ist ja ein systematisches Problem. Wir haben halt, das ist ja immer so. Es hat, das hat vor, also du kennst dich besser als ich, das hat alles Vor- und Nachteile. Es ist ein schwacher Kanzler aktuell, auch wegen der Koalition mit drei Parteien. Ja, gut, ja. Ich verstehe das auch. Natürlich konnte Kohl mehr, ne, weil er war stärker gewählt und bla. Aber trotzdem, die Parteien aktuell werden doch, meiner Meinung nach auch die Grünen, oder wie siehst du das, die werden doch viel zu hart herangenommen, härter als es fair ist, weil die haben nun mal Ergebnisse, beziehungsweise die haben nun mal die Resultate der letzten Jahre, die sie jetzt vor sich da liegen haben, die Scherben, die müssen ein paar Scherben aufräumen, das haben die ja nicht verursacht. Jetzt wird aber die ganze Zeit gebasht und ja, die Grünen, ja, aber wir haben aktuell, meiner Meinung nach, sag du vielleicht aus deiner Erfahrung, wir haben aktuell eine der schlimmsten Phasen für einen Politiker. Wir haben zwei große Kriege vor der Ostherso, wir haben Corona hinter uns, Corona gerade hinter uns, eine der größten Wirtschaftsproblematiken, die in der Form mit einer Pandemie dann direkt Ukraine, Russland ist kein Spaß, Putin ist kein Spaß, dann jetzt Israel und Palästina und wir haben in Deutschland da direkt mit zu tun, einmal wegen Israel, wegen der Verantwortung, der mit den... Entschuldigung, wieso, sehe ich es nicht so, also ich meine, also sagen wir, die historische Verantwortung gegenüber Israel hatten wir seit dem Zweiten Weltkrieg, seit der Shoah. Ja. Trotzdem war Deutschland, sagen wir in der Kanzlerschaft von Willy Brandt, in der Kanzlerschaft von Helmut Schmidt, auch unter Mitt Kohl, selbst mit Merkel war Deutschland eigentlich ein Land, das, ich sag mal, sich angeboten hat, einfach deswegen, weil wir ein gutes Standing hatten, sowohl in der arabischen Welt wie in Israel. Ja, genau. Ein Stück weit vermittelnd da einzugreifen. Derselbe in der Ukraine. Ich sag mal, Deutschland war immer ein Land, das sozusagen wahrgenommen wurde, ich meine, wir waren nie eine Großmacht, wir waren immer ein Stück weit bescheiden, aber wir waren natürlich, wir waren wirtschaftlich erfolgreich. Ja, und ein Stück weit war Deutschland auch bewundert, wurde bewundert, weil Deutschland gut funktionierte. Was aus Deutschland, sagen wir, nach dieser fürchterlichen Nazi-Herrschaft hat sich hier eine stabile, glaubwürdige Demokratie verankert in Europa, entwickelt und daraus resultierte dann auch, sagen wir, eine gewisse Reputation und auch die Möglichkeit, eben vermittelnd einzugreifen. Heute in den Konflikten, sowohl in der Ukraine wie in Israel, sind wir komplett verbrannt als Vermittler und ich sag mal, das ist nichts, das hat jetzt Scholz auch nicht geerbt, der kann ja auch nicht sagen, da bin ich... Wo an liegt das? Weil guck mal, Thomas, gestern hat der... Also ein bisschen liegt es daran, ganz ehrlich, ich meine, es wird immer, was Frau Baerbock, aber was im Koalitionsvertrag drinsteht, die sogenannte Werte gebundene Außenpolitik. Und ich muss immer sagen, das Problem bei Werten, mal abgesehen davon, dass sie nicht so klar definiert sind, also so richtig verstanden habe ich es nie. Werte sind natürlich immer schwer verhandelbar. Die sind immer ziemlich absolut. Ich sage immer, ich glaube, Egon Bahr hat es auch mal gesagt, hören Sie auf, mit Werten in der Außenpolitik geht es um Interessen. Und das Hauptinteresse muss sein, dass Stabilität herrscht, dass wir nicht den Scharfmachern Wasser auf die Mühlen geben, dass wir nicht Öl ins Feuer gießen, sondern dass wir mäßig eingreifen. Ich sage mal, in Israel beispielsweise, ich finde es nicht in Ordnung, dass wir mehr oder weniger bedingungslos Herrn Netanjahu folgen. Damit fallen wir auch ganz vielen vernünftigen Israelis in den Rücken, die diesen Netanjahu genauso schrecklich finden wie ich. Dieser Netanjahu, der seit 20 Jahren, also nur nicht systematisch, diese zwei Staaten lösen. Ein brutaler Hardliner. Ein brutaler Hardliner. Und deswegen würde ich mal sagen, es ist nicht israelfeindlich und schon gar nicht antisemitisch, wenn man Kritik übt an der Art, sagen wir mal wie... Ist in Deutschland aber schwer. Wenn man differenziert auch sein will, dann wird schon mal die Keule ausgepackt. Ja, es ist nicht einfach, aber ich würde mal so sagen, eine verantwortungsvolle Politik heult eben nicht mit den Wölfen oder geht den vermeintlich einfachen Weg, sondern versucht ein bisschen die Themen vom Ende her zu denken. Wohin soll das führen? Das ist ja dasselbe in der Ukraine. Also ich meine, ich sage mal moralisch verständlich finde ich es natürlich, dass man sagt, wenn ein Land völkerrechtswidrig überfallen wurde, wie es die Ukraine von Putin wurde, dann ist da ein moralischer Impuls, dass er sagt, ich muss denen beistehen, ich muss denen helfen, die Armen überfallen. Wenn du es vom Ende her denkst, musst du sagen, wie soll eigentlich mal ein stabiler Friede entstehen? Also garantiert nicht dadurch, dass wir immer mehr Waffen an die Ukraine liefern, dass wir mittlerweile diskutieren, Waffen an die Ukraine zu liefern, die dann russisches Territorium erreichen können. Wir eskalieren und eskalieren und eskalieren und ich glaube niemand, derer, die heute, also Herr Hofreiter, Frau Strack-Zimmermann, Herr Roth in der SPD, die können dir alle nicht sagen, was am Ende dieser Entwicklung steht. Ich sage mal, selbst wenn die Ukraine, was absurd ist, den Krieg gewinnen sollte und Herr Putin meinetalben bedingungslos kapituliert und gestürzt wird, dann soll doch keiner glauben, dass in Russland Demokraten an die Macht kommen. Dann haben wir ein Riesenreich, komplett instabil mit Atomwaffen. Wir haben in der Ukraine den Konflikt ja nicht gelöst, den ethnischen Konflikt zwischen Russen und Ukrainern. Also deswegen sage ich, ich meine, das ist ein Konflikt, der kann nur in Verhandlungen gelöst werden. Ich verstehe, ich verstehe. Der hat das auf mehreren Ebenen, das hast du gut gesagt, vom Ende her denken. Ich sehe das Thema bei Ukraine gestern oder vorgestern, während wir hier sprechen, hat der Scholz ja jetzt Waffenlieferungen wieder zugesagt. Waffenlieferungen, die sogar die Russland erreichen dürfen. Also die Vorstellung, dass mit deutschen Waffen Russland angegriffen wird, muss ich ehrlich sagen, die finde ich besorgniserregend. Sehr besorgniserregend. Ja, wie gesagt, ich finde es aktuell eine der schwierigsten Lagen. Wir haben gleichzeitig einen Rechtsruck in Europa. Dann haben wir gleichzeitig Ukraine, Putin, wir haben Israel, Palästina. Deswegen, also um nochmal auf den Punkt zu kommen, was kann das ändern, wenn ich jetzt BSW wähle? Was habt ihr vor? Also, wie gesagt, also unser Anspruch, diese Partei heißt, Bündnisarer Wagen, nicht Vernunft und Gerechtigkeit. Ich sage ehrlich, eine Sache, die mich echt angefixt hat, als ich da mitgelegt wurde, war der Anspruch, Politik mit Vernunft zu machen. Politik mit Vernunft heißt... Hör ich die letzten Tage öfter, muss ich sagen. Darf ich dich dazu brechen? Ganz kurz. Wir haben, das ist auch, das ist auch, also ich wollte gerade sagen, das ist auch mein Ansatz, von meinem persönlichen Ansatz her, muss aber sagen, das höre ich gerne und das haben wir in letzter Zeit auch öfter gehört, es klingt auch logisch, aber das Problem ist, wie ich das immer wieder sehe, der Mensch ist nun mal nicht vernünftig, auch wenn er sagt, ich will mit Vernunft rangehen. Wir hatten eine Partei der Humanisten hier, die das sehr sachlich und sehr fakten und wissenschaftlich sehen wollen. Finde ich eine gute Sache. Dann hatten wir Partei des Fortschritts, da ist es schon im Namen. Auch Fakten, wissenschaftlich wenig Ideologie, also keine Ideologie, keine Religion, sondern, und eigentlich ein guter Weg. Nur warum klappt das aber nicht? Jetzt sagst du, wir sind auch vernünftig und Fortschritt. Vernünftig, ja. Ja, vernünftig gerne, aber ist Vernunft nicht aus, ist Vernunft, Vernunft ist ja keine, wie sagt man, ist für jeden dasselbe. Also... Ne, aber was heißt Vernunft? Also ich sehe das mal, ganz ehrlich, ich sehe das so, also klar, es gibt keine, also ich tue mich immer schwer, so ein bisschen mit Wissenschaftsgläubigkeit oder sowas, ich sage mal, Politik ist ein Geschäft, da musst du bestimmte Wertungen treffen, die kannst du nicht wissenschaftlich belegen, sondern, aber ich sage mal, du kannst natürlich, ich sage mal, dieses Thema, die Dinge vom Ende her denken. Einfach mal zu überlegen, dass man einfach mal sagt, wir nehmen die Tatsachen zur Kenntnis, so wie sie sind und beschönigen nicht. Also wenn ich mir Herrn Scholz manchmal anhöre, dann frage ich mich, in welchem Land lebt der eigentlich? Also wenn der, sagen wir mal hier, den tollen Zustand unserer Wirtschaft beschreibt, dann befürchte ich, dann liest er irgendetwas ab, was ihm irgendwelche Ja-Sage in seiner Entourage aufgeschrieben haben, aber das hat mit der Realität nicht sonderlich viel zu tun und auch relativ wenig damit zu tun, sagen wir, wenn du mit einem Mittelständler oder einem Handwerksmeister oder sonst was redest, der erzählt eine ganz andere Geschichte. Also nichts beschönigen, die Tatsachen so zur Kenntnis zu nehmen, wie sie sind. Und dann eben sich zu überlegen, sagen wir mal, was ist ein wünschenswerter Zustand und was sind Instrumente, die geeignet sind, diesen Zustand dabei zu führen. Das ist eigentlich vernünftige Politik, würde ich sagen. Und da, Sie sagen, also ich finde, die Ukraine ist das allerbeste Beispiel, da handeln wir rein aus einem moralischen Impuls, eben ohne die Sache vom Ende her zu denken. Verstehe. Also wir sind sehr emotional und wenig rational. Ja, und ich sage mal, man hat mir den Eindruck, das hat vielleicht so ein bisschen auch mit dem Internetzeitalter zu tun. Also ich sage mal, auf Insta, auf Twitter, oder jetzt heißt es Ex, muss die ja mit so einer Reaktionszeit von drei Sekunden am besten sofort was raushauen. Und ich sage mal, Verantwortungspolitik, verantwortungsvolle Politik, denke ich vielleicht erst mal ein bisschen drüber nach. Da geht es jetzt nicht darum, wer hat als Erster die brutalste Schlagzeile platziert, sondern wer wer redet. Auch das Thema, dass man sagen, dass man im Moment nicht mal miteinander redet. Also ich, wenn ich die Außenministerin höre, die da also wie so eine Monstranz pausenlos ihre hehren Werte vor sich her trägt, dann will ich sagen, ja Herrgut, nochmal, den Krieg wird man nur beenden können, wenn man miteinander redet. Wird denn gar nicht geredet aktuell? Also nach allem, was ich weiß, es gibt ja Vorschläge, die kommen, China hat einen Vorschlag gemacht, ein paar afrikanische Staaten haben einen Vorschlag gemacht, ich glaube, der brasilianische Präsident Lula hat einen Vorschlag gemacht, die alle letztlich nicht gefruchtet haben, da oder jedenfalls nicht aufgegriffen wurden. von europäischer Seite ist mir kein Vorschlag bekannt. Wenn ein Verhandlungsangebot gemacht würde, dann bin ich auch ziemlich sicher, dass es öffentlich gemacht werden müsste, übrigens auch deswegen, weil, ich meine, ich kenne mich ja ein bisschen aus in Russland, das weißt du ja, Moskau war ja Partnerstadt von Düsseldorf, ich war in meiner Amtszeit jedes Jahr in Moskau, Moskau ist eine sehr moderne Stadt und wenn du in Moskau, ich meine, das sind natürlich die Politiker, das sind alles Putin-treue Leute, aber die sind ja trotzdem nicht völlig unbedeutend und unselbstbewusst. Und also mein Eindruck, in Moskau jedenfalls, war immer, das sind natürlich Leute, die sind westlich orientiert, die wollen natürlich nicht, dass der Graben zwischen Europa und Russland immer tiefer wird, dass die Russen sich irgendwann an die Chinesen ranzchmeißen müssen, denn die, also jedenfalls die meisten Russen haben gar keine Lust drauf, zum Juniorpartner der Chinesen zu werden. Die verstehen Sie als Europäer. Es sind ja auch 120 Millionen Russen, die dieseits vom Ural, also die Europäer sind es, letztlich das Einwohnerreichsland Europas. Und deswegen würde ich mal sagen, wenn es ein Verhandlungsangebot gäbe, bin ich sehr sicher, dass auch der Druck in Russland stiege, dass man dieses Angebot mal annimmt, dass man zumindest mal einen Waffenstillstand macht, dass man mal anfängt zu verhandeln und dann kann man ja mal sehen, ob man sich irgendwie verständigen kann. Naja, das verstehe ich alles und auch das Tauziehen mit Russland, also dieses Verstärken, die China oder kommen die zu uns, verliert Europa Macht. Die Sache ist, das verstehe ich alles, aber die Sache ist halt, es gibt ja dieses Grundverständnis von, da ist ein Angriffskrieg und wieso sollen wir mit dem Aggressor reden? Also es ist ja so ein bisschen, es ist ja die, wie sagt man, das ist ja dieses Toleranzparadoxon. Wir können ja nicht mit jemandem tolerant sein oder mit ihm sprechen, der selber, genau. Ich weiß nicht, ob das Karl Popper gesagt hat, aber du kennst das, man kann auch, das ist auch der Grund, warum ich nicht mit Nazis reden will. Also deswegen rede ich nicht mit Nazis, weil die wollen ja nicht reden, die haben keinen Nenner mit mir, die wollen meinen Boden wegziehen, den Teppich unter meinem Boden. Deswegen weiß ich nicht, also ich verstehe reden immer, ich verstehe das, es ist in meiner Kultur, also wo ich, also in meiner ersten Kultur, ich bin auch eine deutsche Kultur, ich bin der Iraner, auch und es ist bei uns immer dieses, an einem Tisch kommen und reden, das kennen Araber, Türken kennen das, Kherr machen, das heißt man kommt an einen Tisch und dann gibt es einen Mediator. Das ist tief bei uns verwurzelt, auch ein bisschen kleine Familie, groß, aber auch bei Politikern. Ein Mediator und dann wird geredet und das kennt man in Deutschland ja auch, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, IG Metall oder was, dann gibt es einen Mediator und dann muss man auf ihn hören. Ein Schlichter und genau. Ein Schlichter, genau. Das verstehe ich und selbst das könnte ich mir vorstellen, auf dem Level mit Putin, aber ich verstehe halt auch, dass man sagt, das kann nicht sein, dass der einfach sagt, wir greifen einfach jemanden an hier. Nein, das geht natürlich nicht. Natürlich geht es nicht. Dann können wir ihm ja nicht noch hochbringen. Ich sage nochmal, es ist ein Völkerrechtsbruch. Trotzdem, trotzdem will ich sagen, es muss im europäischen Interesse sein, natürlich auch im russischen und im ukrainischen Interesse, dass dieser Konflikt nicht ewig weitergeht. Es gibt ja Leute, die schwadronieren jetzt drauf los, Herr Klingbeil oder Frau Göring-Eckardt, die sagen, der Krieg kann auch noch zehn Jahre dauern. Ja, halt, Entschuldigung. Echt? Der Leiter hat sowas gesagt? Ja, und in zehn Jahren, was ist dann in zehn Jahren? In zehn Jahren sagt man, der kann noch mal 20 Jahre dauern. Nee, ich meine, irgendwann, irgendwann wird... Ja, die Strax Zimmermann will wahrscheinlich, dass es ewig geht, damit die weiter Waffen kommen kann, in ihrem Leben lang. Nee, das geht ja nicht. Das hast du jetzt gesagt, aber ich möchte gar nicht widersprechen. Aber die Strax Zimmermann, das ist für mich, sie ist für mich, sie ist für mich, also wenn ich das, das ist mein persönliches Mal an, sie ist für mich das, was in der Politik, was ich nicht gut finde. Und zwar jemand, der mit einem Tunnelblick Geschäfte macht. Also wirklich gar nicht, also Volksvertreter ist da einfach das falsche Wort. Völlig unabhängig, ob die, was behauptet wird, der auf der Payroll von Rheinmetall steht. Das weiß ich nicht, möchte ich auch nicht behaupten. Ich will auch auf dieser Payroll. Nein, aber was ich bei Strax Zimmermann, für mich ist wirklich Strax Zimmermann insofern, nee, ich sage das in aller Deutlichkeit, eine gefährliche Politikerin, weil sie eben, wie soll man sagen, sie ist eben nicht besonnen, sondern sie ist diejenige, die vielleicht auch deswegen bei den Medien so beliebt ist, die haut sofort was raus, das ist 100% bauchgesteuert, da ist nichts vom Ende her gedacht und alles gut für eine gute Schlagzeile. Da kann ich nun wirklich sagen, die hat die Schlagfertig, die ist auch, ich sage mal, das ist, wie soll man sagen, das kann auch ganz lustig und spannend und sonst was sein, also ich habe mit ihr, mir mit ihr auch manche, wie soll ich sagen, leidenschaftlichen Wortgefechte, die ich durchaus in guter Erinnerung habe, geleistet, aber also wenn es um Themen wie Krieg und Frieden geht, da würde ich sagen, da wünsche ich mir schon, sagen wir mal, besondere und verantwortungsvolle Politiker und nicht einfach draufschläger da. Und das ist, glaube ich, das falscheste Rezept. Ja, also man muss, um da jetzt nicht zu lange auf das Thema zu reiten, dass wir auch um andere Treppen reden, die BSW, du hast es vorhin mal gesagt, als wir einen Kaffee getrunken haben, hast du gesagt, es gibt tatsächlich Leute, die sagen, wir werden ausländerfeindlich. Kannst du das mal ansprechen? Also das wird ja immer, da gibt es ja dann, wie heißt es, rechtsoffen und so Geschichten. Also das halte ich natürlich für totalen Quatsch. Und da ist es auch ganz deutlich widerlegt, also ich muss ehrlich sagen, ich habe die erfolgreichsten Wahlveranstaltungen häufig in, wie sagt man so schön heute, migrantischen Communities. Also ich war einen Tag, anderthalb Tage in Duisburg beispielsweise. Ich war in Köln eingeladen vom türkischen Unternehmerverband. und das war eine tolle Veranstaltung. Ich glaube, es geht ja bei dem ganzen Thema Zuwanderung, da sagen wir natürlich ganz klar, wir brauchen Regeln, wir brauchen eine geordnete Zuwanderung, die ein Stück weit, ich sage mal, einmal sind wir angewiesen auf Zuwanderung. Es gibt in Deutschland demografischen Wandel. Also wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, dann brauchen wir Leute, die von außen kommen und Teil dieser Gesellschaft werden wollen. Wir haben zweitens, das ist ganz klar, eine historische, eine moralische Verpflichtung. Wir haben eine humanitäre Tradition im Grundgesetz. und das ist auch ein Thema, was uns, glaube ich, moralisch, wie soll man sagen, dafür sorgt, dass wir offen sind, wenn Menschen in Not sind, dass wir die aufnehmen. Im Grundgesetz werden die politisch Verfolgten privilegiert. Ich bin durchaus der Meinung, es gibt heute viele Flüchtlinge, die sind nicht politisch verfolgt, sondern die etwa im Nahen Osten, die kommen aus Syrien, die kommen aus dem Irak, die kommen aus Libyen. Da ist die Staatsgewalt zusammengebrochen, auch deswegen, weil die internationale Staatengemeinschaft dramatisch versagt hat. Da sind wir mit ein Stück weit verantwortlich. Ja, du sagst es. Es gibt mittlerweile Klimaflüchtlinge, für die haben wir auch ein Stück weit eine Verantwortung, denn der Klimawandel wird in erster Linie von hochindustrialisierten Nationen des Westens verursacht. Also von daher gibt es durchaus Grund, auch einen moralischen, soll ich sagen, Verpflichtung offen zu sein, aber das Thema muss dort seine Grenze finden, wo gewissermaßen die Integrationsfähigkeit dieser Gesellschaft an ihre Grenzen stößt. Ich meine, ich habe drei Jahre in Amerika gelebt. Wo? Auch in Boston und in Washington im Wesentlichen. naja, aber ich bin, also ich war überall, aber ich bin, also ich habe fast die gesamten USA gesehen. Ja, weißt du, wenn du jetzt gesagt hättest in New York oder so, dann hätte ich verstanden, dass du auf jeden Fall ganz krasses Multikulti erlebt hast. Weil ich war jetzt ein paar Mal in New York, das ist ja wirklich crazy. Irre. Aber in Boston, das ist Pendant zu Düsseldorf, da ist... Nein, aber ich war auch im Süden, ich war in Georgia, ich war in Virginia, ich war im Mittleren Westen, ich war in Iowa, ich war in, ach wie heißt das, St. Louis, Missouri. Hast du das eigentlich da gemacht, einfach gelebt? Ja, ich hatte da Freunde, ich habe studiert da, und dann habe ich die halt besucht, in Kalifornien war ich oft da, und ich finde, USA ist ein faszinierendes Land, ich habe da auch mit die beste Zeit meines Lebens verbracht, sage ich ehrlich, aber der Hauptunterschied zwischen USA und Deutschland ist, die USA sind kein Sozialstaat. In den USA, das ist so ein Mindset, jeder ist seines Glückes Schmied, in den USA gibt es jede Menge Parallelgesellschaften, die wirklich sich kaum mehr was zu sagen haben, und trotzdem wird jeder sagen, nee, das ist halt USA. Deutschland ist ein Sozialstaat, also Deutschland, und ein Sozialstaat funktioniert eben dann, wenn die Menschen bereit sind, Solidarität zu geben. Ja klar, wir müssen alles zusammenschmeißen, und dann halt das, das ist ja die Gießkannenprinzip, also dass wir sagen, ey, wir tun immer zusammen für den Schwachen, für die, die sich nicht genau. Und das setzt aber voraus, das setzt natürlich ein Mindestmaß an geteilten Werten, an geteilten Erfahrungen, an, deswegen sage ich mal, das Thema Integration ist in Deutschland, in einem Sozialstaat, ein viel wichtigeres Thema, als in so einem Riesenland wie Amerika, wo es Parallelgesellschaft ist. Interessanter Ansatz, hast du einen total interessanten Ansatz, die Sache ist halt, die Frage ist halt, wie viel Integration ist notwendig, und du hast gerade das Thema Parallelgesellschaft angesprochen, du kennst dich ja hier aus, besser als jeder andere, du hast es wahrscheinlich mitentschieden, dass die Immermannstraße jetzt auf Japanisch da steht. Du, das ist, also die Japaner, die gehören schon lange dazu, das ist auch kein, ich will nur sagen, weil Leute, damit die Leute das wissen, wir sitzen hier direkt neben, und heute ist Japan-Tag, heute ist auch noch Japan-Tag, ich liebe das, also ich liebe die Immermannstraße, genau, wir lieben das, wir essen hier gerne und so, aber eine Straße weiter ist, dass die, da bist du dann schon in Oberbeek, Oberbeek, dass du marokkanisch das da stehen, Ellerstraße, liebe ich, das ist hier, Düsseldorf, das liebe ich an Düsseldorf, ich muss sagen, Parallelgesellschaften, ob es jetzt die Politiker sind, die in einer Welt leben, die die, man wirft euch Politiker ja immer vor, ihr versteht uns ja gar nicht mehr, und oder die, jeder lebt in seiner Blase mittlerweile, ich finde so Bubbles, oder das alte Wort ist Parallelgesellschaften, heute kann man eigentlich Bubbles sagen, ich finde das ist gar kein Problem für eine Gesellschaft, das wird immer so herangezogen, als Negativbeispiel, ich finde das kein Problem, wenn, pass auf, mein Ansatz ist, wenn die Leute, wir haben ein Grundgesetz, wenn die sich daran halten, und das ist ja natürlich verpflichtend, alles andere, ob du religiös sein willst, ob du nur noch Japanisch sprechen willst, weil du hier in der Hütte alles verstehst, und das ist mir doch egal, also ist das, also wie viel brauchen wir denn Integration? Also ich glaube schon, also das Thema Sprache ist glaube ich schon wichtig. Wichtig? Also ich sage mal wichtig ist. Nein, nein, pass auf, Thomas, es ist wichtig, ja, du hast ja recht, ich sehe, also wenn ich jetzt Kinder habe, also aus dem Ausland kommen Kinder, ich sage denen, hör mal zu, bevor ihr die Sprache, also das ist absolut der Schlüssel zur Gesellschaft, Schlüssel zu Erfolg, Wohnung, Job, alles, natürlich, aber, aber, muss er ja nicht, der kann ja schlechte Chancen haben, indem er die Sprache nicht spricht, muss man, es ist ja nicht, also ich verstehe, es ist absolut vorteilhaft, aber warum muss das gezwungenermaßen sein? Es ist gezwungen, ich würde mal so sagen, ich würde schon erwarten, wenn Menschen in dieses Land kommen. Erwarte ich auch, aber müssen wir denen das, naja, ich würde mal so sagen, ich meine, es gibt viele, sagen wir mal, Migranten der ersten Generation, die haben nie richtig mit Deutsch gelernt, das stimmt, und die trotzdem, ich kenne viele, ich hatte jetzt ein Interview. Die haben super viel Beitrag, super viel Beitrag, mit Arbeit und Steuern. Wahnsinnig, und sind auch stolz darauf, in Deutschland zu sein, die sind stolz auf Deutschland sogar, auch wenn sie sagen, ich spreche die Sprache zwar nicht perfekt, aber ich habe mir hier was aufgebaut, ich habe mir was dazu beigetragen, super, das sind genau die Leute, also wie gesagt, es gibt ganz viele von denen, die die BSW ganz toll finden, weil die wirklich sagen, also wir wollen, dass Integration funktioniert. Ja, will ich auch. Wir wollen tatsächlich, dass, sagen wir mal, erstens mal diejenigen, die hierher kommen, die dürfen ihre kulturellen Traditionen, die sollen die auch weiter pflegen, das ist ja auch etwas, was uns bereichert, aber, sagen wir mal, sie sollen dazugehören wollen. Also jemand, der einwandert, der muss sich hier mit diesem Land identifizieren. Du, ich erzähle immer, ich weiß nicht, was du mal in der St. Andreaskirche in Ella? Da ist die griechisch-orthodoxe Community. Ja, wir haben ja hier auch eine griechische Community, hier ein Strass weiter. Ah ja, das mag ich was. Ich glaube, nach Stuttgart, kann das sagen, dass wir nach Stuttgart die größten griechische Community sind. Nein, aber das Coole an der Kirche, das Coole an der Kirche, das ist für mich so das Beispiel für gelungene Integration. Also die in ihrer Kirche, also wo die ihre griechisch-orthodoxe Religion pflegen, da ist so eine, in der Absis ist ein Mosaik, sehr, sehr schön. Und da siehst du natürlich alle möglichen religiösen Motive und in dem Bild integriert sind lauter Gebäude aus Düsseldorf. Da ist Schloss Benra drin, da ist der Rheinturm drin, da ist Schauspielhaus dabei, St. Lambertus dabei und ich finde es einfach so toll, dass die, sagen wir mal, in ihrem Gotteshaus zum Ausdruck bringen, wie stark sie sich mit ihrer neuen Heimat identifiziert. Das finde ich, das ist für mich ein super Beispiel für gelungene Integration. Ja, aber weißt du was, wenn du jetzt Griechen ansprichst, ist ja, also wir können viele Integrationsfehler ansprechen, aber ich glaube, bei Griechen gab es auch eine Sache, die ich noch im Sinn habe, weil ich einen Freund hatte in der Jugend, in der wirklich oder frühesten Jugend, der hat noch griechische Schule gemacht nebenbei und die hatten da in der Schule ein Bild von ihrem Monarchen da, ich weiß nicht, wer das war, also die hatten ja eine, der hatten ja eine, damals war Griechenland ja noch eine andere, war eine kleine Demokratie, Staatsform, genau, und der ist da zur Schule und hat das gelernt, wobei man ja wahrscheinlich gesagt hat, es war bei Türken ja auch nicht anders, das war ja dann immer, ihr braucht keine Schulpflicht, weil habt ihr ja in eurem Land auch nicht und ihr könnt, keine Ahnung, mit zwölf von der Schule gehen, also ich will gar nicht anfangen, wie viele Fehler gemacht wurden, diese sind radikale Fehler gewesen, das erben wir ja heute, also das ist ja völlig klar, ein Thema ist natürlich, Bildung ist das wichtigste Instrument der Integration, also deswegen, ich sage mal, also ich bin ja durchaus ein großer Freund, dass wir sagen, wir müssen die Kita für Kinder aus bildungsfernen Milieus und Kinder aus migrantischen Milieus, wo nicht Deutsch gesprochen wird, also erste Generation, da müssen wir die Kita verbindlich machen, die müssen dahin gehen, weil es kann nicht sein, ist sie nicht verbindlich eigentlich? Nein, natürlich nicht, Nein, sogar das Schlimme ist ja, Düsseldorf ist die Kita unentgeltlich, die wird mehr in Anspruch genommen von arrivierten Familien, die Geld haben, wo die Kinder jetzt sich auf Bildungsangebote angeboten. Das ist immer so, das ist immer so. Das ist wirklich ein Problem, aber deswegen sage ich, wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder in der ersten Klasse Deutsch können. Absolut, also meiner persönlichen Meinung nach, wie gesagt, ich finde, viele Sachen müssen in Deutschland verändert werden, die Kita muss verpflichtend sein und dann muss, finde ich, dann müsste eigentlich die unentgeltlich werden. Also dieses Ganze, dass die Leute das... Also wenn wir sagen, wir sind eine Gesellschaft, wir sind eine sehr alte Gesellschaft in Deutschland und wir brauchen auch Zuwanderung allein schon deswegen, aber wenn wir den Familien, ich weiß, das ist ein Thema, damit beschäftigt ihr euch auch, aber irgendwie wird nicht, also wenn wir den Leuten keinen Anreiz bieten, dass sie sagen, Abby Bisch bekommt Kinder, das ist ja genau das Gegenteil aktuell. Das ist ja so super schwer, Kita-Platz zu finden, super schwer, also wenn wir das alles nicht erleichtern, wird doch gar kein Spaß mehr sein, Kinder zu bekommen. Also allein der Gedanke macht dir schon Probleme. Das ist ein Riesenthema. Also guck, muss ich mal so sagen, Düsseldorf ist dann doch in einer einigermaßen privilegierten Position. Also hier ist ja die Kita-Versorgung okay verglichen mit anderen. Es fängt ja schon damit an, dass die Leute, die in der Kita arbeiten, schlecht bezahlt werden. Wir haben ja generell ein strukturelles Problem mit Sozialarbeiter, Streetworker, Kita, Lehrer, dann geht das, also dann wollen wir gar nicht das Thema Therapie und so weiter aufmachen. Also Therapieplatz, finde mal einen Therapieplatz. Jemand, der psychische Probleme hat, der findet, der kann es zwei Jahre warten. Also weil wir als Gesellschaft lustig werden, Corona. Da hat jeder immer nur über Corona geredet. Keiner hat über die ganzen Kollateralschäden. Ich meine, was Kinder, der in der Kinderpsychiatrie waren. Ja, das Problem ist, also das ist jetzt, sorry, jetzt ist es jetzt so völlig abgewischt. Aber ich habe, wir haben ja als Bürger ja kaum Möglichkeiten mit euch auf der anderen Seite, die das entscheiden. Das Ding ist halt, wir sind als Gesellschaft und nicht nur in Deutschland, in der westlichen Welt sind wir immer mehr in eine Richtung gerutscht, die ich, also ich sage westliche Welt, weil ich es von den anderen nicht so weiß. Ich weiß nicht, ob es da besser ist. Aber ich will nur sagen, wenn du dir dein Bein brichst, gehst du selbstverständlich zum Arzt. Du kannst auch zum Notarzt gehen, nachts um drei Uhr morgens, habe ich auch schon alles gemacht, musste ich auch schon. Aber wenn es dir tagelang scheiße geht, psychisch, und du brauchst Hilfe, dann versuch mal jemanden zu finden. Also das ist gar nicht möglich. Also ich habe im Freundeskreis das selbst erlebt und ich muss sagen, warum ist das so? Auf der einen Seite, diese Leute werden nicht gewertschätzt. Also ich glaube, andere Länder machen das schon besser. Ich glaube, in Schweden ist das viel besser als bei uns. Diese Leute werden schlecht bezahlt, schlechte Anreize. Und das ist jetzt, vielleicht hat das jetzt mit der ganzen Politik und mit der Europapolitik und wo du hin willst, vielleicht nichts zu tun, vielleicht aber schon. Also ich sage mal, ein Thema, was du ansprichst, mit den Kita-Plätzen. Also was ich ganz absurd finde, ich hatte neulich, das sind immer so ein bisschen noch die Nachwirkungen aus meiner Uweza, es gibt immer noch Leute, die sich mit kommunalpolitischen Themen an sich wenden, da war ich als Vertreter der Tagespflege und da ging es ja auch darum, dass das Personal hinten und vorne fehlt da, dann ging es noch um bestimmte Ungleichbehandlungen, möchte ich gar nicht im Einzelnen drauf eingehen hier, aber nein, aber ein Thema, was ich nachher wirklich absurd finde, ist, dass man sagt, es ist schwierig, Erzieherinnen und Erzieher für die Kitas zu finden. Deswegen fahren wir das Angebot runter. Wenn wir das Angebot runterfahren, dann führt das natürlich dazu, dass viele Frauen gar nicht mehr arbeiten können, weil sie keine Kinderbetreuung mehr haben. Das ist so eine echte Negativspirale, wo ich immer sage, das ist eben auch nicht vom Ende her gedacht. Da musst du eben sagen, nein, wir müssen natürlich die Voraussetzungen schaffen, dass die Kinder betreut sind, dann können die Frauen arbeiten, dann hast du, sagen wir mal, eine höhere Wertschöpfung, dann hast du und so weiter. Also dann können sich die Leute, zum Teil sind alleinerziehende Mütter, die sind auf die Kita angewiesen, sonst müssen die natürlich von irgendwelchen Transferleistungen leben. Du willst ja auch, dass die Leute sich ihren Lebensunterhalt selber verdienen können, da musst du aber dann auch die Voraussetzungen schaffen. Und wenn du sagst, wir finden keine Erzieherinnen, also machen wir die Kita zu, dann bist du auf der schiefen Ebene mit einer zunehmenden Geschwindigkeit abwärts. Und das ist ja auf der anderen Seite ja genauso, bei den Kindern, also Kita, aber auf der anderen Seite mit Altersheimen und so weiter. Das ist ja genauso. Wahnsinn. Also meine Mutter arbeitet in dem Sektor und das kannst du wirklich sagen. Ja, also meine Mutter hat ja, glaube ich, sogar mehr als 20 Jahre da gearbeitet in dem Sektor und ist gerade in Rente gegangen, jetzt gerade. Und das kenne ich sehr gut, weil sie natürlich sehr viel zu Hause da ihren Frust rauslässt oder rausgelassen hat. wie Sachen hätten besser sein können und da laufen wir auf ein Riesenproblem. Das ist ja total, total. Also ist das nicht auch eine Frage für Büssel? Na ja, ganz ehrlich, ich glaube, das sind Themen, die müssen wir zunächst mal in Deutschland gelöst kriegen. Die müssen wir auch ein Stück weit, also ich bin ja ein großer Freund des, man nennt das des Subsidiaritätsprinzips. Ja, ja, Subsidiaritätsprinzips. Das war eben so gesagt, also Entscheidungen sollten immer am besten auf der Ebene getroffen werden, die am nächsten ein Problem ist, sozusagen. Also ich finde ja, manche Dinge, um die sich Brüssel kümmert, bin ich wirklich überzeugt davon, die kannst du viel demokratischer, viel transparenter lösen auf der Kommune oder in dem Bundestag, also im Parlament, in den Mitgliedstaaten. da braucht sich Brüssel nicht, um alles zu kümmern. Ja, aber das wird ja, ja, man kann das, natürlich, das ist ja, das ist ja aber ein systematisches Problem. Ist das nicht so, dass Brüssel immer mehr die Entscheidungen übernimmt für ganz Europa? Das ist so, ich würde mal so sagen, das ist so ein bisschen der Automatismus der Bürokratie. Also so eine Bürokratie ist ja wie so ein, wie so eine Riesenkrake, die immer neue Tentakeln da entwickelt und da muss ich sagen, da muss man wirklich vorsichtig sein. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich war immer und bin es bis heute ein überzeugter und begeisterter Europäer. Aber ich bin nicht der Meinung, dass wir immer mehr Europa in dem Sinne brauchen, dass ich Brüssel um immer mehr kümmern muss, sondern ich bin der Meinung, ich bin großer Freund des Demokratieprinzips. Brüssel, was in Brüssel entschieden wird, ist nicht so gut demokratisch legitimiert wie das, was in der Kommune oder im Bundestag getroffen wird. In Brüssel gibt es einen Haufen Lobbyisten, die da am Werk sind. Lass uns nicht über Lobbyisten anfangen. Es gibt Prozesse, die sind nicht sehr transparent, die sind nicht sehr durchsichtig und deswegen sage ich immer, Brüssel sollte sich wirklich konzentrieren auf die Aufgaben, mit denen die Mitgliedstaaten überfordert sind. Dafür ist Europa gegründet worden. Finde ich schwierig, weil das ist ja vielleicht idealistisch. Idealerweise hast du jetzt gesagt, gewisse Sachen sollen in Brüssel und gewisse Sachen sollte man lieber auf Länderebene, weil das besser ist. Jetzt müssen wir natürlich nochmal schauen, was was. Aber führt das nicht zwangsläufig darauf hinaus, dass es immer mehr spitz nach Brüssel geht? Immer mehr? Aber wieso? Ich frage dich. Ich mache mal ein Beispiel. Also jetzt aus meiner Erfahrung als Oberbürgermeister. Ich hatte meine Vorlage im Rat, da sollten insgesamt etwa 150 Brückengeländer erhöht werden von 1,10 Meter auf 1,40 Meter und mit einem Kostenvolumen von etwa 170 Millionen. Umgekehrt weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Aber jedenfalls, wo ich sagen würde, also einige dieser Brücken kannte ich, wo ich sage, also der Hintergrund war, dass irgendeine Regelung aus Brüssel vorsah, dass also wenn irgendwelche Straßen über fließende Gewässer führen und die Straßen mit Fahrrädern befahren werden können, dann könnte es sein, weil ja der Schwerpunkt bei manchen Rädern relativ hoch ist, dass wenn einer mit sturzbesoffenem Kopf Fahrrad fährt, er möglicherweise ans Geländer kommt und dann kopfüber in das fließende Gewässer stürzen kann und deswegen müssen alle Geländer jetzt auf 1,40 Meter kommen. Absurd. Ich kann mir richtig vorstellen, wie da irgendeine wahrscheinlich die Geländerstahl-Lobby in Brüssel zugange war, die dann, sagen wir mal, es ist ja immer schön, wenn man sagt, es geht hier um Sicherheit, maximale Sicherheit und dann hat man da irgendeine Bürokratie angeworfen und die hat dann also in so eine Regel entwickelt, die natürlich wahrscheinlich nirgendwo in Europa wirklich angewandt wird, gilt natürlich in ganz Europa, aber niemand hält sich wirklich dran, aber wir in Deutschland sind ja immer die Musterknaben, wenn es darum geht, irgendwelche Vorgaben zu erfüllen und so kamen die dann auf die Idee, dass man also in Brüssel 150 Brückengeländer erhöhen muss, so in der Größenordnung und ich habe dann gesagt, wie crazy ist sowas? Das ist auch völlig zündlich. Genau, da würde ich mal sagen, das soll doch jede Kommune, also ich würde mal so sagen, ich kenne einzelne dieser Warum kennt jeder seine Kommune besser? Genau, würde ich auch sagen und ob da eine Gefahr besteht oder nicht, ich glaube, das kann jedenfalls mein Amt für Verkehrsmanagement besser entscheiden als irgendein Apparat in Brüssel. Da sagen wir, was soll der Mist? Also lass sowas, das kannst du ganz fort entscheiden. aber ich bin total bei dir. Ich persönlich bin total bei dir. Ich versuche hier nicht, ich sage nicht, dass es so sein soll. Ich sage nur, ich beobachte das und lerne das dieses Jahr mit dem, ich habe mit allen Spitzenkandidaten gesprochen und mit den meisten, die nach Europa gehen und das habe ich ja gelernt. Ich meine, ich bin voll bei dir, bei diesem Thema, aber es, ich habe das Gefühl, es geht immer weiter nach oben, spitzenmäßig. Es gibt ja Parteien, die wollen das sogar noch mehr. Ja, ich weiß, es gibt, wenn du manches Programm, SPD beispielsweise, da wird überhaupt nicht mehr die Frage gestellt, ob, also die Frage nach der Kompetenz, die Frage, wo wird welche Entscheidung am transparentesten, am demokratischsten entschieden, sondern, da sagt man, alles, alles was gut ist, muss in Brüssel entschieden. Also ich mache mal ein Beispiel, weil das immer so ein bisschen die Gemüter erregt. Also vorweg, ich bin ein leidenschaftlicher Befürworter der Straffreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen. Ja. Jetzt gibt es Leute, die das gewissermaßen in Brüssel für ganz Europa entscheiden lassen wollen, mit Hinweis auf irgendwelche angeblich oder tatsächlich geteilten Werte in der europäischen Wertegemeinschaft. Jetzt ganz ehrlich, ich bin ziemlich, also erstmal muss man sagen, das ist eine Frage des Strafrechts, dafür hat Brüssel überhaupt keine Kompetenz. Ich bin wirklich überzeugt, solche Themen, da wird im Bundestag sehr ausführlich debattiert und dann trifft man eine Entscheidung, die demokratisch legitimiert ist. Ich bin auch ziemlich sicher, wenn so eine Frage, sagen wir mal, in Polen anders beurteilt wird als in Holland, dann bin ich sicher, inhaltlich auf der holländischen Seite, wenn die jetzt für die Straffreiheit sind oder von mir aus sogar für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, aber ich bin ziemlich sicher, dass Europa wird nicht daran zerbrechen, dass eben die Katholiken in Polen dazu eine andere Auffassung haben als irgendwelche anderen Regierungen in Westeuropa. Und ich habe mal neulich eine Diskussion gesagt, stellt euch mal vor, angenommen, es gebe jetzt einen Rechtsruck im europäischen Parlament und angenommen, es würde sich jemand anheischig machen und sagen, der Schwangerschaftsabbruch muss jetzt überall in Europa strafbar sein, da würde ich sagen, hallo, wie kommt ihr eigentlich dazu, hier uns in Deutschland vorzuschreiben, was wir in einer Sache zu tun haben, die wir demokratisch anders entscheiden können und wollen. Das sind so Themen, wo ich sagen würde, es geht nicht darum, dass wir Europa als Vehikel nehmen und um, wie soll man sagen, ganz Europa unsere Wertvorstellungen aufzuoktroyieren, sondern es geht wirklich darum, dass Europa die Aufgaben übernimmt, die die Mitgliedstaaten selber nicht mehr entscheiden können. Kannst du das mal sagen? Nein, du, das sind so Themen. Also ich sage mal, ein Riesenthema ist ja die, wie nennt man das, die digitale Souveränität Europas. Also wenn du dir mal anschaust, über welche wahnsinnige Macht heute, und zwar sowohl technologisch wie wirtschaftlich, diese ganzen Datenkrakten aus dem Silicon Valley verfügen. Also da kann kein Mitgliedstaat sagen, so und ich stehe, ich mache mich jetzt anheischig, hier den Googles und Amazons das Handwerk zu legen. Das kriegen wir nie hin. Wir werden es auch nicht schaffen, wenn Europa nicht zusammensteht, dafür zu sorgen, dass die mal anständig besteuert werden. Martin hat mir gesagt, Martin kennst du von den Linken? Ja, super Typ, sehr kluger Kopf, hat mir sehr gut gefallen, das Gespräch mit ihm, und der hat mir zu dem Punkt gesagt, dass der Olaf Scholz als Finanzminister dagegen gestimmt hat, dass es eine europäische Digitalsteuer gibt. Das geht doch gar nicht. Okay, ich verstehe. Nein, aber deswegen sage ich mal, das sind Themen, und da bleibt Europa natürlich hinter seinen Anforderungen zurück. Und da würde ich mich drauf ver... Da würde ich sagen, da muss Europa zusammenstehen. Auch in der Verteidigung zum Beispiel von Europa? Also ich muss mal ehrlich sagen, also ich finde, also erstmal, ich finde diese ganze Militarisierung der europäischen Idee insoweit schon verhängnisvoll, weil Europa eigentlich mal gegründet wurde als ein großes Friedensprojekt. Also, dass wir jetzt sagen, Europa ist... Aber wir müssen uns verteidigen. Ja, gegenüber wem? Gegenüber Russland. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich sage es nur. Gegen China, gegen die USA, keine Ahnung. Ich darf mal eins sagen, was... Ich meine, ich bin für Landesverteidigung. Ich bin jetzt kein Pazifist, ehrlich gesagt. Nur, also, bei dieser ganzen Militarisierung des politischen Diskurs, bei dem, auch bei diesen ganzen Wellen immer noch mehr, und wir reden ja immer gleich über dreistellige Milliardensummen in die Rüstung zu stecken. Was, glaube ich, völlig übersehen wird, ist, wenn du dir mal überlegst, welches Land ist in den letzten 40 Jahren dramatisch immer mächtiger geworden? China natürlich. Ja, wir bitten wir noch ein paar. Also, es gibt da diese Tigerstaaten. Ja, genau. Aber China auf jeden Fall. China auf jeden Fall. Ich sage mal, Brasilien ist heute wichtiger. Ich würde sagen... Ich wollte nur eins sagen. China ist immer mächtiger geworden. Ohne einen Schuss abzufeuern. Gut, wir haben heute so ein bisschen den Konflikt mit Taiwan, aber ich meine, China hat heute eine wirklich imperiale Position in der Welt. Das hat natürlich mit deren Politik auch zu tun. Mit deren Politik. Mit deren Politik. Die haben natürlich, wie soll man sagen, die haben halb Afrika kolonisiert, natürlich ohne jemals Kolonialmacht gewählt zu sein. Das ist eine neue Art. Die haben da Infrastruktur gebaut. Die haben sich im Gegenzug die Rechte an den Rohstoffen gesichert und so weiter. Also ich sage mal, über Macht und Ohnmacht entscheidet nicht keineswegs in erster Linie die militärische Macht, sondern ein Stück weit deine wirtschaftliche Macht und deine Strategie, deine wirtschaftliche Macht abzusichern. Deswegen finde ich es auch schon völlig falsch, dass man, also dieser Fokus auf das Militärische... Ja, da hast du glaube ich recht. Es ist so ein bisschen alt. Eine Altbacken. Die ist mit einer Pistole irgendwo hingehen oder mit einer Knarre oder was. Du hast recht. Ich sehe das ja auch. Und wir reden hier nicht mehr über Pistolen und Knarren. Wir reden hier, manche Leute schwadronieren schon über die europäische Atombombe. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen scherzhaft. Komm, ich gebe noch einen Schluck Wasser? Ja, natürlich. Entschuldigung. Lass mich das machen. Sorry, ich habe... Kein Thema. Also, das gute Klarwasser hier aus Düsseldorf. Wunderbar. Ist es aus Düsseldorf wahrscheinlich schon, ne? Du bringst mich in den Schwitzen, deswegen muss ich so viel trinken. Ja, aber du bist ein Profi. Man muss sagen, du bist ein absoluter Profi. Du weißt, was du sagst. Ist auch interessant für mich, ein bisschen da reinzustochen und zu gucken. Ich finde das sehr interessant, dass man sagt, Europa, ein paar Sachen, aber auf Länderebene bleiben wir souverän. Ich finde das sehr wichtig, weil ich glaube, die Idee von diesem, wir werden wie so eine Art USA und alles wird nur noch in Brüssel entschieden, das nimmt uns die ursprüngliche Stärke. Wir sind ja... 100% Also, man sieht das ja in den USA, dass die in gewissen Sachen schwächeln und diese Schwäche sollten wir uns nicht reinholen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde, dass wir, gerade weil wir auch verschiedene Länder sind, also verschiedene auch Ideen haben, Wertevorstellungen und so weiter. Das gibt uns ja eine gewisse Kraft und auch, dass die Menschen auch sagen können, zum Beispiel in Deutschland sagt einer, du, ich ziehe nach Portugal. Ich finde das da irgendwie geiler, das und das. Aber wenn wir immer gleicher werden und immer dieselben... Das macht das ja gar keinen Spaß mehr. Das ist meine persönliche Meinung generell ans Leben. Absolut. Aber sag mir mal, vielleicht zum Abschluss, jetzt hast du als Oberbürgermeister in Düsseldorf, da hast du das schon angesehen, Düsseldorf ist eine angesehene Stadt auch. Tolle Stadt. Da hast du wahrscheinlich ein Netzwerk auch aufgebaut. Wird dir das was bringen in Brüssel oder ist das wirklich von neu? Musst du ganz neu anfangen? Naja, also ich... Muss ich so sagen, das Düsseldorfer Netzwerk, da gibt es sicher ein paar Berührungspunkte mit Brüssel, aber nicht sonderlich viel. Du musst dir schon was Neues aufbauen. Also du bist da so ein Rookie. Du bist da, du kommst da hin und die Leute wissen... Du, ich musste auch viel lernen, ehrlich gesagt, aber das war auch so, als ich OB wurde. Ich war ja nie in meinem Leben Kommunalpolitiker vorher und ich habe ein bisschen die Erfahrung gemacht, ich habe ja in verschiedenen beruflichen Stationen, muss ich sagen, habe ich Dinge gemacht, auf die ich nicht vorbereitet war, die auch vielleicht in meiner Lebensplanung gar nicht vorgesehen waren oder sowas. Und ich habe dabei schon die Erfahrung gemacht, dass, also wenn du dich reinhängst, wenn du Spaß daran hast, und da bin ich sicher, das werde ich haben, dann bist du auch relativ schnell runter auf der Lande. Also dann kannst du auch relativ schnell was bewirken. Ja, es ist... Und du musst Hilfe in Anspruch nehmen. Also was... Also ich kann mich noch erinnern, also als ich zu Ruhrgast ging beispielsweise, ich hatte von den langfristigen Gasverträgen nicht viel Ahnung. Und dann habe ich natürlich auch den Kollegen gesagt, deren Chef ich dann wurde, also Sie verstehen von dem Geschäft mehr, ich bin auf Ihre Hilfe angewiesen und das haben die auch toll gemacht. Oder im Rathaus, muss ich sagen, ich meine, es wird ja immer das Gegenteil behauptet. Ich fand ja ganz toll, als ich, ich war da seit vielen Jahren mal wieder ein Sozialdemokrat, die Mehrheit aller Beigeordneten, also der Mitglieder des Verwaltungsvorstands, waren CDUler. Und ich fand toll, übrigens auch Keller damals, der war ja mein Verkehrsdezernent, dass die Beigeordneten, die Dezernenten, ihre Rolle jetzt nicht als Parteipolitiker verstanden haben, sondern als Teil einer Verwaltung, die was nach vorne bringen will. Und so, ich würde sagen, wenn du mit so einer Offenheit an so eine neue Aufgabe rangehst, dann bist du meistens, also jedenfalls meine Erfahrung, bin ich meistens auch erfolgreich gewesen. Ich finde das eine gute Sache, man sollte da auf jeden Fall, das Problem ist ja, dass viele wegen Ego und so weiter, die Scheiß bauen, und dann nicht als Team, sondern als Gegner und so. Ich finde das aber interessant, jetzt haben wir viel darüber geredet, was soll Europa dürfen, was soll auf Landesebene, das ist ja genau spiegelbildlich für deine Karriere. Jetzt warst du ganz lange kommunal und du hast ja hier wahrscheinlich auch, denke ich mal, Entscheidungen, auch schnell Resultate gesehen, weil auf kommunaler Ebene geht schon mal was schneller. Jetzt bist du auf der höchsten Ebene. Also nochmal höher. Ja, ja, ja. Ich bin sehr gespannt, wie du dich da schlägst, falls du dann reinkommst. Ich glaube, die Chancen stehen gut. Chancen sind gut, ja. Und wie du das auch machst, also ich werde dich weiter beobachten. Gerne. Und wie du damit einen gewissen Markenschutz hast. Ich sage mal, jeder weiß, oder man kann sehr leicht rauskriegen, wofür steht Sarah Wagenknecht. Und die Gefahr ist ja immer, wenn du eine junge Partei bist, wenig Mitglieder, schon sehr erfolgreich in den Umfragen, das fällt mir eigentlich so in das Beuteschema von Pöstchenjägern und Karrieristen. Und die willst du natürlich nicht haben und vor allem willst du nicht unterwandert werden von solchen Leuten. Und deswegen finde ich immer gut, also ich meine, die Sarah kann, solange das die Parteibündnis Sarah Wagenknecht heißt, natürlich sagen, dafür gebe ich meinen Namen nicht her. Und damit hast du so eine gewisse Kontrolle, dass wir eben nicht, man guckte in die AfD, das war ja diesmal von konservativ, aber es haben anständigen Professoren gegründet worden und irgendwann ist sie von Nazis unterwandert worden. Sehr lange her. Die AfD ist wirklich ein Musterstück des Rutsches nach rechts. Ich glaube, dreimal wurde ein innerer Putsch, dreimal. Und immer weiter nach rechts. So interessant eigentlich zu beobachten gewesen. Kann man wirklich sagen. Ich bin gespannt, wie sich Sarah Wagenknecht, die Volkspartei, die BSW schlägt. Ich danke dir für deine Zeit, Thomas. Sehr gerne. Ein gutes Gespräch. Vielleicht sehen wir uns auch wieder. Hoffentlich, ja. Vielleicht begleiten wir dich mal oder besuchen dich auch mal in Brüssel. Absolut, dann kommen wir mal nach Brüssel, ja. Ja, du bist, bist du dann, wie ist das, wenn du dann reinkommst, bist du die ganze Zeit in Brüssel und am Wochenende wieder hier? Ja, ja, also meine Familie, wir bleiben hier. Ja, in Baden ist es schon. ich sage mal, angenommen, ich wäre jetzt ein maltesischer Europaparlamentarier, dann wäre die Reise von Malta bis Brüssel, ist weit, aber von Düsseldorf bis Brüssel sind es zweieinhalb Stunden. Ja, ja, und unser Flughafen ist ja hier auch um die Ecke. Das braucht doch nicht Flughafen, da fährst du in der Halle, es sind zwei Stunden, das ist ruckzuck. Ach, wirklich? Ja, ja, es geht ruckzuck. Oh, cool. Ich dachte, du bist halb so schnell, nee, Quatsch, du bist doppelt so schnell, du brauchst halb so lange nach Brüssel als nach Berlin. Das haben wir mir gar nicht bewusst, das werden wir jetzt demnächst, das werden wir auch mal machen. Steinwurf weg. Nach Brüssel, wir haben jetzt echt viele Leute kennengelernt, die echt gute Chancen haben, nach Brüssel zu kommen. Ich muss mir Brüssel mal anschauen. Herzlich willkommen, kann ich nur sagen. Vielen Dank, Thomas. Sehr gerne. Möchtest du, wir geben allen unseren Leuten hier, die in der Wahl, im Wahlkampf sind, nochmal die Chance, am Ende ein Schlusswort zu haben. Bitteschön, das ist dein Schlusswort. Ja, also ich würde mal so sagen, ich hoffe, zunächst mal, euch hat das Gespräch Spaß gemacht. Mir ist ganz, ganz wichtig, in erster Linie, dass alle zur Wahl gehen. Also gerade, ich stehe immer ein bisschen mit Sorge, ich habe ja selber fünf Kinder da, dass gerade die Jungen häufig nicht zur Wahl gehen. Und das kann ich schon deswegen nicht verstehen, weil, sagen wir mal, wer jung ist, der hat noch mehr vor sich und der ist insofern auch viel stärker betroffen von politischen Entscheidungen. Und dann gilt ja der alte Grundsatz, wer nicht handelt, wird behandelt. Also will heißen, wer nicht zur Wahl geht, kann sich danach und nicht beschweren. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meine Partei wählt. Bündnis Sarah Wagenknecht, Vernunft und Gerechtigkeit. Wir sind ganz unten auf dem Wahlzettel, oder fast ganz unten auf Platz 28, also ein bisschen Zeit nehmen, sich den ganzen Wahlzettel mal durchzulesen, bei Liste 28 das Kreuzchen zu machen. Und ich glaube, das wäre, glaube ich, schon ein Signal auch für einen Aufbruch in Deutschland und Europa, für Frieden und wirtschaftliche Vernunft. Und ich glaube, das ist das, was unser Land gut täte. Also zur Wahl gehen und am liebsten Liste 28 BSW wählen. So, nochmal, kleine, vielen Dank, kleine Störung. Leute, es ist Japan-Tag, Bullerei hier, die Stars, alles gut. Danke nochmal an Thomas, sehr nice Gespräch, Freunde. Wir sehen uns am Ende des Videos noch einmal wieder, dann gebe ich euch alle Links, alle Möglichkeiten. Und ja, bis gleich. Freunde, yes, yo, Bündnis Sarah Warnknecht. Es ist was für euch, kriegt ihr das mit? Nur, dass ihr es wisst, Sarah werden wir hoffentlich auch noch treffen, wenn sie Zeit hat. Und ich habe jemanden auch im Auge, den ich gerne sprechen wollte, Fabio Demasi, Demasi oder Demasio? Demasio wäre so witzig. Ja, auch ein guter Typ, ist auch zu BSW gegangen. Sehr interessant, viele gehen zu BSW. Was denkt ihr? Das heißt, gehen die dahin, weil die Karriere machen wollen? Die Partei ist jung, die Partei hat einen Hype? Oder ist es Überzeugung? Was würdet ihr wählen? Demnächst ist es schon wieder, Freunde, deswegen. Freunde, Gang-Zeichen, damit ihr wisst, das ist trotzdem eine Hip-Hop-Sendung. Wir machen unsere Pflicht hier, wir zeigen euch, was ihr noch wählen könnt. Wählt auf jeden Fall, neunter ist es soweit, am neunten Europawahl geht wählen. Wenn ihr nicht wisst, guckt euch die Folgen an. Wenn ihr nicht wisst, was dann macht Valo Mat. Aber macht nicht nichts, Freunde. Ich bin raus. Sklav.